Wisst ihr, wieso wir damals als Viertklässler angefangen haben, Bäume zu pflanzen fürs Klima? Wir haben uns große Sorgen gemacht um den Eisbär. Mit dem immer schneller schmilzenden Polareis hat der Eisbär einen immer kleineren Lebensraum. Aber die gute Nachricht ist, es ist noch nicht zu spät. Indem wir Bäume pflanzen, können wir die Erde wieder abkühlen. Und damit wir jetzt noch mehr Bäume pflanzen können, gibt es die Eisbär-Fruchtgummis. Pro 10 verkauften Packungen können wir einen Baum pflanzen. Und das gleiche gilt natürlich auch für unsere Pinguinen, Schildkröten und Blumenfruchtgummis. Also lasst uns so viele Bäume pflanzen wie möglich. Stop talking, start planting. Geht mal beim Aldi vorbeigucken. Schildkröten 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 Schildkröten